Book 2 57 Beim Arzt Ich habe einen Termin beim Arzt. Ich habe den Termin um 10 Uhr. Wie ist Ihr Name? Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Der Arzt kommt gleich. Wo sind Sie versichert? Was kann ich für Sie tun? Haben Sie Schmerzen? Wo tut es weh? Wo tut es weh? Ich habe immer Rückenschmerzen. Ich habe immer Rückenschmerzen. Ich habe oft Kopfschmerzen. Ich habe manchmal Bauchschmerzen. Machen Sie bitte den Oberkörper frei. Legen Sie sich bitte auf die Liege. Legen Sie sich bitte auf die Liege. Der Blutdruck ist in Ordnung. Der Blutdruck ist in Ordnung. Ich gebe Ihnen eine Spritze. Ich gebe Ihnen eine Spritze. Ich gebe Ihnen Tabletten. Ich gebe Ihnen Tabletten. Ich gebe Ihnen ein Rezept für die Apotheke. Ich gebe Ihnen ein Rezept für die Apotheke.